Hallo und Willkommen bei MarioCat8 und zwar mit ein paar ganz tollen Dudes. Ja, wer ist denn das so? Einmal sagt der Josh, dann noch der Farmo und der Zarge. Nicht nur Zargen, Zargenfragen. Das war doppelt so laut wie alle anderen. Ich will diese MarioCat Arena spielen. Ja, wir spielen heute eine ganz gediegene Runde Schlacht. Einfach nur und zwar Ballonschlacht. Genau, wir wollen die Schlachten mal testen und... Der Toon! Aber leider fehlt. Der Neo fehlt und dementsprechend sind wir traurig. Dann bin ich heute... Alter, man hat einfach fünf Ballons! Wie übertrieben ist das denn? Früher so, du kriegst drei Ballons, schau wo du bleibst. Jetzt kriegst du fünf. Die gehen schneller weg als die rechts. Ich mein, ich hab das ganze jetzt vor drei Tagen kurz im Stream gespielt. Alter, ich hab sowas mal verschissen. Oh Gott, erst mal direkt gegen ne Wand fahren. Geile Sache. Wo ist denn hier einer von euch? Oh, wow. Die wurde sich ja kaputt getroffen. Ich will da lang. Was für ne Geschwindigkeit ist das hier eigentlich? Das ist voll langsam, ne? Das hat 50 CC. Heile 100. Ja, kann gut hinkommen. Ja! Sag mal, das... Ey, den wollte ich gerade snacken. Oh nein! Oh Gott! Ja, Josh! Nein! Oh! Zaga, komm mal her! Zaga! Nein! Zaga! Was ist hinter mir? Hab ich dich getroffen? Nein! Du hast dich wirklich getroffen! Nein! Ja, genau! Wie viele Leute wollt ihr doch auf mich drauf? Das kommt davon, Josh, ne? Wo ist denn hier einer von euch? Ich muss mal hier so ein bisschen... Zaga! Nein! Nein! Jawoll! Und Manu mit einer Feuerblume! Wie geil ist das denn? Es zählt übrigens, glaube ich, wie viele man generell abgeschossen hat und nicht wie viele man selber nachher noch hat. Ja, das ist stimmt. Das ist jetzt belastend, weil ich gar nicht so offensiv losgelegt hab hier. Wo seid ihr schon wieder? FANU! Ja, du! Ah! Ah, da oben ist einer. Boah! Ich dachte, wir hätten Furiosa-Items! Was ist das denn? Ganz halt... Ganz halt... Bumm! Feuer! Nein, was? Nein! Manu! Manu! Oh, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil! Der nächste Kill gehört mir. Wo ist denn nur einer von euch? Hast du eine rote oder was? Vielleicht? Hm, vielleicht. Wer weiß. Ich muss jetzt erstmal... Ich mach mal ganz schnell hier weg. Was?! Ich hab dich nicht getroffen?! Wo ist denn? Boah! Ach was! Als ob wir die roten gegenseitig abgeschossen haben! Das ist belastend! Sehr belastend! Oh, das war knapp! Wo? Wo seid ihr denn? Nein! Ruh mal ran! Boah! Ich fahr halt voll in eine Scheiß-Bombe rein! Ja, easy! Easy! Warum nicht in meine Bombe? Finde ich jetzt aber scheiße! Ja, ne, die fand ich nicht so geil! Ach, Mann! Wo ist denn noch einer von euch? Das ist Zage! Was, wo bist du? Zage... Zage... Ne, jetzt... MAMO! Das war noch kein einziges Mal abgeschossen! Zage! FAMO! Ihr macht euch irgendwie gegenseitig weg! Ich hab nur noch eine! Ein Ballon! Was soll ich denn damit?! Ich hab wieder drei! Hey! So, letzter Angriff! Ohh! Ohh! Oh, FAMO! FAMO bleibt stehen! Nein! Huuu! Ah, wer hat gewonnen! Wer hat gewonnen! Ach, stimmt! Ach, stimmt! Wir machen ja vier Runden! Das zählt, wer nachher die meisten Punkte... Wow! Manu hat keinen abgeschossen! Hahahaha! Ich hab wohin jemanden getroffen! Du kriegst, glaub ich, auch Abzug, wenn du getroffen wirst! Also, dir wird's schwächen! Ach so, ja gut! Dann lass ich nix haben! So, wie ich getroffen wurde! Ich hatte aber auch nur noch einen Ballon! Ich weiß nicht genau, ob du warst, Chris, oder nicht? Ey, der Schwede! Das ist ja doch irgendwie stressiger und lustiger, als ich dachte! Das ist schon irgendwie ziemlich belastend! Die guten alten Zeiten, ey! Das hat auf N64 gezockt und dann... Da schon immer die Ballon-Balgerei! Die war schon vegan-nice! Hab ich nie gespürt! Mhm! Ich auch nicht! Ist aber belastend! Das ist ziemlich belastend! Jetzt weiß ich, wie sich Neo fühlt, ey! Warum ist denn der eigentlich nicht dabei? Äh, der kann heute nicht! Der ist, äh, unterwegs! Der kann aber nächste Woche wieder! Zumindest seine Aussage! Wie fängt das hier schon an? Oh, die Map ist ja richtig stressig! Wo seid ihr denn? Wo seid denn ihr? Ich drifte hier oben im Kreis und sehe keinen! Immerhin habe ich einen lila Wust, das ist ja schön! Hä? Ich... Erstmal woanders hinfahren! Das ist... Das geht ja gar nicht hier! Ich sehe auf meinem Map schon, dass ich auf einer ganz anderen Seite bin als ihr! Wie soll das denn funktionieren?! Was ist das?! Ja, du hast hier die Map doch ausgesucht! Nein! Oh nein! Jawoll! Aber was? Du bist nur in deine eigene gefahren? Ach Bullshit! Laber doch nicht! Laber doch nicht! Jetzt zeig ich euch einen Trick hier! Warum kriegst du denn die ganze Zeit nur Bananen? Was ist denn das? Jetzt versuchen wir mal was richtig geiles! Und... Wuhu! Oh, verdammt! Das hat nicht funktioniert! Kannst dich ja auch irgendwie drehen, oder? Herrekk! Nein! Aber ich bin doch entkommen! Also so ist es nicht! Oh wow! Jawoll! Endlich mal einen erwischt! Hab ich zu spät gesehen! Ich habe null Punkte! Was ist denn hier los? Mann! Was ist das für eine Map? Das ist richtig belastend! Ja, was hast du da für eine scheiße Map ausgewählt, ey? Nein! Nein! Ja, bin ich! Fand ich nicht nett! Alter Schwede! Was will ich mit dem Pilz?! Och, komm schon, Manu! Wo seid ihr alle? Mit dem Pilz kannst du Ballons kaufen von den anderen! Ja, ich sehe euch noch nichtmals! Was soll man da so scheiß... Ja, das ist natürlich ehrlich! Was soll man da so scheiß Pilz bringen? Ich sehe auch keinen! Ich sehe nur Bananen überall rumfliegen! Ach! Komm schon! Rein, George! So gehört dich das! Erstmal... Jagen gehen hier den Manu! Der hat doch eine Krone auf! Echt? Als ob! Friss... Nein! Jawoll! Friss ihn doch mal! Nee, 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 nee! Na, wenigstens mal ein Punkt! Ey, wo seid ihr denn? Ich brauche aber endlich Kills hier! Wie soll ich denn hier noch Elster werden, wenn ich keinen sehe? Wieso kriege ich ne verkackte Feder? Was soll ich mit dem Scheiß? Nein! Und fahr doch in Manus Banane rein! Komm! Hey, wo bin ich jetzt? Nein! Fahrboi, bleib stehen! Okay! Okay! Ja, dann habe ich ihn nochmal! Was ist das? Ey, wenn du mich jetzt nochmal machst, ja? Wo ist denn jetzt denn hier? Ich will immer Rache haben hier! Oh, Mann! Mann, da sind zwei da oben! Was soll die Kacke denn? Wir können doch nie irgendwann mal an euch entrannen! Fahrbo! Hey, jetzt nimmt da jemanden runter! Hey, das war's nicht! Komm doch her, Josh, komm mal her! Ja, Mann! Ich krieg gar nichtfalls mehr Items! Fahrbo, nein! Ich hab nur noch einen Ballon! Das ist mir ziemlich belastend! Nein! Oh mein Gott! Nein! Ja! Ich hatte aber einen Stern gerade noch gezündet! Ich hatte noch einen Stern gezündet! Zur Sicherheit! Gib mir noch ein Item! Wie kannst du mir was? Item! Item! Boah! Nein! Zarge! Zarge töte mich noch! Und ich krieg dadurch noch Ball... Ich krieg halt nur... Ich krieg... Oh! Ist das belastend, ey! Boah, die Strecke kriegt keinen Like, ey! Die ist ja richtig scheiße! Du hast sie ausgesucht! Ich wollte sie einmal fahren! Jetzt hatte ich alles, glaub ich, mittlerweile! Außer... Ne, die hatte ich auch noch nicht! Die will ich jetzt auch noch fahren! Dililin, Dililin, Dililin! Easy! Easy! Da ist Zucker! Nice! Hehehe! 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 Wenn du in die Ferne blickst, siehst du dort den zuckersüßen Canyon! Hehehe! 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 Ich hab einfach vier Grüne bekommen! Hehehe! Mega gut! Vielleicht mit drei Bananen! Oh nein Manu! Nein! Oh! Feuer Neo! Feuer Neo! Feuer Neo! Oh Gott! Du hast mir den Grün weggeschossen! Ey! Erwischt! Oh, zack! Nein, 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 nein! Ey, warum fährst du denn da vorbei? Wo seid ihr denn? FABO! Oh nein! Als ob! Als ob! Als ob! Ich schieß und treff dich nicht! Ich rase... Das ist ja bitter! Nimm mal den roten Panzer hier! Na! Oh Gott, wo ist denn einer von euch? Warte! Jetzt! Manu! Ah! Nein! FABO! FABO! Ja, genau! Sonst wäre ich so eine Trophäe, die rumzureichen ist! Feuer, Neo! Nein! Oh! Wow, ich treff dich halt nicht! Manu! Friss! Meine! Schuss! Ballon geklaut! Vom Zage! Ich hab so einen blauen Hässlern Ballon von ihm! Den hol ich mir wieder! Äh? Jetzt werde ich hier überprüfen, was ist das? Gerne! Das ist mir doch egal, Farmut! Ich sind Bros hinten! Wir müssen zusammenhalten! Ach, wüssten wir das? Was? Zage! Bleib mal stehen, Zage! Nein, 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 nein! Nein! Jawoll! Wollt ihr mich verarschen? Oh nein! Nein, nein, Zage! Oh nein! Jaaa! Friss meine Feuer ne aus! Friss meine Feuer ne aus! Nein, 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 geh weg mit deinem scheiß Stern! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wir lassen ihn verstehen! Probier, du kennst Fritz! Wie viel hat denn der erste jetzt? Nein, oh nein! So gehört sich das! Boah, ich hau jetzt ab! Tschüße! Was schön mit euch! Oh nein! Grüne! Grüne! Oh Gott! Warum fährst du nicht in meine Grüne rein? Finde ich ein bisschen belastend! Finde ich ein bisschen belastend! Wir haben gerade zusammen so ein Krönchen auf! Hey! Na, hallo! Jetzt werden meine Kills abge... Oh Mann! Das ist natürlich belastend! Neeeein! Nein! Meine 6 Ballons! Die Hälfte! Was? Man kriegt die Hälfte! Ich komm wieder rein! Wie geil ist das denn? Wir wurden drei Stück abgezogen! Von 5 auf 2! Ja, ich hatte auch 3 vorher... Als... Mano! Friss meine 2 Puberaden, Digga! Alter, jetzt wird der schon wieder halbiert! Ich hab nur noch einen! Lass mich in Ruhe! Lass mich! Nein! Boahu! Jawoll! Unantastbar! Unantastbar! Cheater! Alter Schwede! Alter! Oh! Das ist schon ein bisschen belastend, das Spiel! Eieiei! Jetzt will ich dir aber fahren! Okay, also ich weiß nicht ganz warum, aber irgendwie hab meine Facecam keinen Bock mehr, aber ist okay! Halt ohne! Ich wollte grad sagen, guckst du grad so richtig sexy oder nur so halb? Ja, so halb! Also die Runde über war da jetzt gerade so ein Standbild von meiner Fresse halt, aber... Oh, das ist schon geil! Wir haben auch die! Farmo schon wieder! Ja, 3 von 4! Ja, 3 von 4! Oh Gott, denn die Map von denen dreimal? Was ist das? Farmo steckt seine komplette Energie in Mapwahl rein! Lässt die Runden schleifen! Hauptsache ich bekomme die Maps, die ich will! Ja! Ist okay! Wobei du hast dich auch schon mal geärgert, dass du deine Map kam! Immer! Hauptsache ich spawn ganz woanders als ihr! Und seh euch nicht mal ansatzweise! Weil die Map ist schön! Boah! Also schick ist die Schau... Oh, die Bombe läuft! Oh Gott! Die hatte Füße! Was? Nein, 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 nein! Ich hab nur noch eine! Nur noch eine! Du hast mir alle meine Grünen fast weggeschossen! Oh mein Gott! Farmo! Nimm das! Und du hast... Du wurdest nicht erwischt... Du wurdest nicht erwischt von meinen... Boah! No, jetzt wäre ich fast von meinen eigenen Grünen erwischt worden! Boah, Farmo! Nee, ist doch meine! Ey! Nein, Bombe! Boah, Gott! Meine Bombe fast! Nein, 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 nein! Grüne, grüne, grüne! Verfolgst du mich hier gerade? Wo geht die denn jetzt her? Wo geht die denn jetzt her? Zaga! Mich verfolgt jemand! Ja, Manu! Was ist das denn? Zaga! Alter! Ja, ich will die mal kriegen jetzt! Oh, Bombe! Geil, Manu! Du musst mal verfolgen! Ich nehme mich halt jetzt Zaga! Hey! Manu! Ich nehme doch für den Manu! Oh, zwei Ballons! Was ist das? Ja, sei froh! Damit gleich nur deine Null Ballons halbiert! Ja, du Schnauze! Oh Gott, die grüne war richtig knapp! Alter Schwede! Gib mir den Bombe rein! Danke! Warum denn? Jedes Mal, wenn ich eine rote hab, wird sie von irgendjemanden! Oh! Wer hat mir den Zaga gerade geklaut? Ne! Ja! Deinen Ballon geklaut, du! Du hast meinen Ballon auch noch geklaut! Ja! Du hast alle meine Bananen abgefallen! Meine Frechheit! Hier! Ich will meinen Ballon zurück! Ey, Mann! Das ist unfair! Zaga! Oh! Alter, war das knapp! Josch, wo bist du? Da, Josch! Oh nein! Tschüss! Oh! Halt! Oh! Hör auf und sie verfolgen! Josch, doch mal! Völlig! Oh! Half-Armo! Nein! Boah! Zwei Bomberagen, Digga! Ich war das nicht! Ich war das nicht! Nein! Du lachst! Nein! Nein! Du nicht! Jetzt halt! Was soll das denn? Das war richtig belastend! Ach komm! Ja genau! Ich komm hier rein und werd drecklich mit Feuerbällen abgeschossen! Ich weiß nicht von wem! Josch! Nein! Mann! Mein letzter Ballon! Nein! Du! Vamo! Friss! Meine! Schutz! Nee! Nein! Manu! Joschi! Jetzt hab ich grad nicht aufgepasst! Jawoll! Nicht euer Ernst! Jawoll! Ich hab nur noch einen! Das ist Josch! Okay! GG! Zehn Sekunden vor Ende! Weil ich abgelenkt wurde hier gerade! Ja man! So muss das! Ach komm Josch! Alter! Frechheit! Da warst du unverwundbar! Hätte ich noch getroffen! Ich weiß! GG! Wär einfach ganz lecker! Josch auf dem letzten Platz! Ja das ist belastend! Ich weiß! Die Schalkers haben gewonnen! Jawoll! Blackito klatscht! Das ist schon richtig belastend! Oh Mann! Ja gut! Mann! Und die gehört ja! Jo! War nett! War nett! War nett! War nett! War nett! Und dann bis zur nächsten Folge! Mario Kart 8! Tschüss! Tschüss! Tschüss!